Seit langer Zeit schieben René und ich ein Projekt, eine Herzensangelegenheit vor uns her, nämlich wir wollen endlich mal wieder Doom spielen. Und jetzt, seit es die Doom 3 BFG Edition gibt, können wir das endlich machen. Wir sprechen natürlich von Doom 1. Und neben mir sitzt René Häuser. Servus. Hallo, grüß dich, Michi. Ja, ähm. Es hat fast so lange gedauert, wie Doom vom Index zu kriegen, dass wir endlich mal ein Let's Play Doom 1 zusammen machen können. Wir wollten das ja erst mit der Xbox-Version spielen und haben gesagt, ah, schaffen wir nicht, kriegen wir nicht hin. Und jetzt gibt es das hier in der Doom 3 BFG Edition, wenn man die kauft, dann ist das alte Doom mit drin. Du bist der totale Doom-Checker. Berufname Doomian. Das fängt ja schon mal gut an. Ja, ich versuche, das Beste zu geben. Wir starten einfach mal hier gleich in die erste Kampagne. Knee deep into the dead. So, machen wir es was vor. Was sind wir denn? Nightmare? Du bist doch der totale Checker. Heard me plenty. Ich glaube, das ist unser Niveau. Das ist mittel. Okay. Auf geht's. Wir hatten jetzt überlegt, wir machen jetzt hier einen Speedran, aber dann wären wir in acht Sekunden durch. Und das wäre irgendwie langweilig am ersten Level. Also spielen wir es ganz normal. Versuchen mal ein paar Secrets wieder uns zu erinnern. Ich muss gestehen, ich habe jetzt wirklich seit drei, vier Jahren das nicht mehr gespielt. Von daher bitte ich um Verständnis, wenn ich nicht sofort alles wiederfinde. Aber es wird schon gehen. Ja, ich nehme jetzt hier die gleiche Rolle an, wie wahrscheinlich ein Großteil der Zuschauer, die das hier sehen, weil es haben nicht mehr so viele Leute gespielt, die jetzt noch am Leben sind. Ja, ja, Doom 1 ist ja von 1993. Gottes Willen. Was ist das jetzt? Hätte ich gesagt 15 Jahre? Ne, 19 Jahre. Whatever. Long time ago in a galaxy far, far away. Und wir haben hier auch einen Gast bei uns im Zimmer mitsitzen, der ganz verdutzt war und mich fragte, wie ich spiele einen Shooter ohne Maus. Ja, man kann Doom tatsächlich nur mit den Cursor-Tasten spielen. Aber das kann man jetzt wieder mit Maus spielen. Kann man auch, genau. Das bringt nur nichts. Du müsstest sagen, wer der Gast ist. Ach so, das ist genau, das ist der Under Serial. Der darf aber gerade nichts. Sebastian, du kannst einmal kurz reinrufen. Das kann man hinterher, kann uns niemand nachweisen, dass er das wirklich war. Das könnte nur ein Statist gewesen sein. Ich überlege gerade, irgendwie muss man hier hinten hin und normalerweise hört man das und dann muss man zurück. Ja, genau, da ist nämlich auch hier der Imp gerade hergekommen und dann geht eine Tür auf. Eigentlich ist das ein sehr audiovisuelles Spiel. Nämlich man muss wirklich drauf hören, wo sich irgendwelche Türen bewegen, um dann halt mitzukriegen, ah, da ist was aufgegangen. Und da komme ich jetzt ins Geheimlevel. Ich weiß gar nicht mehr, wie man da hochkam. Also ich kann jetzt nämlich nicht hochgucken, das geht ja hier gar nicht. Aber da oben gibt es auch noch einen Weg, den man hier auch sieht auf der Minimap, dieses kleine graue Ding hier. Okay. Dann kommt man da hinten lang. Aber das, ja, lang ist her. Aber wirklich, wie du ja schon sagtest, großer Doom-Fan. Ich finde es immer noch einen der besten und spaßigsten Shooter überhaupt, die jemals entwickelt wurden und selbst gegen Call of Duty immer noch tausendmal besser sind. Yay! Erstens haben wir geschafft. Nee, ähm, warum wir den Anders Serial erwähnt haben, der wird mich nachher ablösen in der Rolle des Unwissenden, weil wir das nämlich beide nicht großartig gespielt haben. Ihr wart doch noch gar nicht geboren damals, oder? Stimmt, ja, nee. Ich bin ja zwölfenerhalb. Das wissen die wenigsten. Das erklärt aber so manchmal nicht. Ja, natürlich. So, ich muss jetzt mal gerade mal gucken. Genau, das ist jetzt hier das zweite Level, in dem wir sind. Und, äh, alleine die Shotgun, das ist, ja, perfekt. Der Sound, die, die, ich weiß nicht, so muss eine Shotgun klingen und funktionieren. Und, ja, tut mir leid, aber das können die neuen Spieler alle nicht. Und mit den tollen Explosionsfässern, wenn sich jemand fragt, warum ist heutzutage in jedem Shooter irgendwie explodierende Fässer, dann, äh, ja, es liegt an Doom. Weil so ziemlich alles, was man heute in den Ego-Shootern kennt, glaube ich, wurde damals hier schon, äh, bis auf hochgucken. Ja, das kam ja später. Wobei, in Doom war ja schon mal ganz neu gegenüber dem indizierten Vorgängerspiel von It. Ah, da dürfen wir immer noch nicht drüber reden. Ach doch, Wolfenstein 3D. Hier ist es, da gab es nur ebene Erde. Und jetzt gibt es ja hier schon mal sowas wie Treppen. Ja. Was aber der totale Hölle war, äh, so ist der eigene Modus, wenn man, man konnte dann mit Doom ja auch schon eigene Karten designen. Ja. Aber hier sowas zu bauen, eine Tür, plus irgendwelche Treppen, und dass man da nicht durchfällt und das irgendwie auch funktioniert und die Spielfigur rüberging, äh, tagelange Arbeit. Tagelange Arbeit. Genau. Genau das nächste hier, gibt es heutzutage in Ego-Shooter nicht mehr so viel, gab es früher aber ganz viel, so Keycards. Finde rote Karte, um rote Tür aufzumachen, finde blaue Karte, um blaue Tür aufzumachen, finde blauen Skull, um irgendwie geheimen Eingang zu finden. Ähm, ja, auch alles in Doom, äh, quasi das erste Mal zu sehen gewesen. Gab es denn diese Karte, die du da eben eingeblendet hast, ist das ein, also gab es das im Originalspiel auch schon? Ja. Ist das irgendwann dazugekommen? Okay. Das, äh, die Automap-Funktion gab es früher ja in vielen Spielen, äh, also gerade in den Rollenspielen, war das damals auch schon anders. Das war eher eine Neuheit, oder? Weil es gab doch auch davor viele Spiele, wo du dir tatsächlich mit Stift und Papier die Karte zeichnen musstest. Das gab es auch, ja. Hatten wir gestern erst drüber geredet, wir sind gerade im Retro-Oldschool-Flair, wir hatten nämlich gestern Ultima 7 installiert und Ultima Underworld und haben uns darüber unterhalten, also wir als Daniel und ich, dass früher manche Spiele mehr Funktion hatten als heute moderne Spieler. Nämlich in dem Fall konnte man, hier ging irgendwie die Tür auf, ich weiß nicht mehr genau, da kam man nämlich dann zu dem Raum mit der Kettensäge, ah nee, das ist von der anderen Seite, hier kommt man aber auch in den anderen Raum rein. Daniel spricht im Fieberwachen. Kettensäge, Kettensäge, wo ging die Kettensäge? Ja, wie gesagt, das ist eben auch so eine, ähm, ja, Sound-Sache, weil ich glaube, man musste irgendwo über so eine Platte rüberlaufen und dann ging das da auf. Egal, das finden wir schon noch. Jedenfalls hatten wir über Ultima geredet und da konnte man in diese Automaps Kommentare einfügen. Wie cool ist das denn? Da kann man sich markieren, was man da irgendwo vielleicht noch vergessen oder gefunden hat. Ich meine, Skyrim, äh, hat sowas nicht mehr. Nee. Das wurde dann, glaube ich, bei den Elder Scrolls erst über irgendwelche Mods wieder hinzugefügt. Ähm, aber das macht doch jetzt zum Beispiel ganz prominenten Dark Souls oder einen Demon's Souls, dass das dann zwar nicht auf der Karte hat, aber da kannst du doch so Botschaften hinterlassen, mehr oder weniger, in der Spielwelt, aber auch für andere. Klar. Ich weiß gar nicht, ob in der Version, die in der BFG Edition drin ist, ob da auch der Multiplayer-Teil von dem Spiel drin ist. Weil irgendwas fehlt doch. Irgendwas haben sie vergessen. Ich hatte jetzt gar keine Möglichkeit, glaube ich, auszuwählen. In der Xbox-Version damals, als das für Xbox Live Arcade rauskam, also die US-Version, da war es in Deutschland auch indiziert, da war der Multiplayer drin, lief aber unglaublich beschissen. Also es hat geleckt und es ging gar nicht. Das war auch eine Kunst, das hier zu kriegen. Ja. Zumal der Multiplayer, so simpel wie er ist, äh, und war, glaube ich, nur mit vier Mann maximal und die Karten sind, ja, ein Witz im Vergleich zu modernen Multiplayer-Shootern, aber es machte immer noch Spaß. Nur leider war es so schwer, damit zu spielen, weil das Ganze nicht flüssig gelaufen ist. Wie war denn das? Also man musste hier hinten, ist auf jeden Fall, oder muss man hier das Ding raufschießen? Ne. Ach, raufschießen. Ja, so war es. Und jetzt kommen wir nämlich hier hinten hoch. Weil das war ganz nett gemacht, ähm, wie das ganze Level-Design, das ist ja vom Tom, heißt der Tom, ne, John Romero hatte das, ne? John Romero und Tom Hall haben, glaube ich, hier das Doom 1 entworfen. Und man konnte hier, kann man schon reingucken, und dann sieht man, oh, Kettensäge, aber man kam nicht rein. Also man wurde angeteast. Aber da oben ist doch die Kettensäge. Irgendwie kommt man da hoch. Äh, irgendwo ist ein Schalter. Irgendwo ist ein Schalter. Ich habe vergessen, wo der Schalter ist. Da ist der Schalter. Da ist der Schalter. Ja, Michi fuchtelt hier ganz wild vom Monitor, das sieht man ja natürlich im Video nicht. Da ist der Schalter, da! Ja. Und jetzt hier nächste Antwort, warum sind denn Ego-Shooter und Kettensägen? Ja, weil es das in Doom gab. Warum war das indiziert? Weil da eine Kettensäge drin war. Ähm, ja, es, genau, die Indizierung von Doom ist auch so eine, eine Geschichte voller Missverständnisse. Mhm. Ähm, denn das Spiel ist natürlich nach heutigen Verhältnissen Pille-Palle. Ja. Also so vom Gewaltgrad und von den, ich gucke gerade, weil hier hinten war noch irgendwo ein Geheimversteck, wo nämlich ein Backpack zu finden war, womit man ein größeres Inventar hatte. Ja, man hat ein begrenztes Inventar. Ja, an Munition und gerade nachher so für den Rocket Launcher war es dann schon ja nicht hilfreich. Irgendwo hier hinten ist das, aber ich glaube, das war jetzt über eine Schalterfläche, wo man dann hier rein musste. Gut. René spammt die Benutzentaste. Ja. Sieht man denn das auf der Karte, diesen Geheimraum? Teils, teils. Manche werden angedeutet, so mit braunen Strichen, äh, manche gar nicht. Da muss man dann wirklich wissen, wo es ist. Ähm, bei manchen ist auch nur, dass man von der anderen Seite dann sieht, hä, da führt irgendwas ins Nichts, das müsste doch wo rauskommen. Und man, das ist doch hier das Ding. Ja, Mann. Das ist ja gruselig, was ich so noch merken kann. Ähm, na jedenfalls, äh, Indizierung von Doom. Und da kam vieles zusammen. Das eine war, ähm, natürlich erstmal war Doom damals so der erste, nach Wolfenstein, der erste EU-Shooter. Äh, und das war vielen sehr, sehr unheimlich. Aus der Ich-Perspektive rumlaufen, mit einer Waffe und auf Menschen ähnliche Leute schießen, das muss einen ja zum Massenmörder machen. Mhm. Das war einfach gesetzt. Das macht einen keinesfalls zum Vogelmörder, weil man kann ja nicht nach oben. Ja. Ja. Friesen, ja. Ähm, das war das eine. Und das nächste, was nachher dazu kam, es gibt ein Level, ich glaube, das ist das zweite oder dritte Level, wenn man da die Minimap aufgemacht hat und alles, äh, erkundet hat, dann hat sich ein Hakenkreuz ergeben. Not so good, äh, for Germany. Ich glaube, im dritten Level ist es so. Das war eigentlich jetzt nicht, also es gab dann auch Diskussionen, ja, die Id-Leute sind doch Nazis, ne, machen sie Hakenkreuz in Doom rein. Nein, eigentlich war es nur eben eine Reminiscenz, oder wie es so schön heißt. An Wolfenstein. An Wolfenstein, also ihr erstes, ein großes Projekt, wobei ihr erstes... Das heißt, sie waren früher Nazis und jetzt erinnern sie sich. Ja, genau. Oh, oh, Vorsicht. Ich, ich sehe die Anwälte schon Schlange stehen. Das können wir im Laufe dieses Let's Plays auch erzählen. Es gab ja mal eine Zeit lang eine, eine Fede, oder eine angedaußte... Nämlich das Beste schon vorweg. Ich muss ja teasern, dass die Leute diesen Quatsch auch weitergucken. Eine, eine, eine Fede zwischen GameStar und It. Zumindest ist das so die landläufige Meinung. Da können wir ja nachher noch ein bisschen was dazu erzählen. Gut angeteasert, gut angeteasert. Ähm, ja, aber Indizierungsthema ging noch weiter. Nämlich dann kam raus, oh, die US Army oder die US Marines haben Doom als Trainingssimulation zum, äh, fürs Lernen, ja, für den Kampf quasi benutzt. Das stimmt auch. Sie haben tatsächlich auf der Doom-Basis oder auf der Doom-Engine-Basis... Das war ein Schalter. Ja. Soll man denn das rausfinden? Ach, kennt man alles. Ähm, jedenfalls hatten sie da tatsächlich was drauf entwickelt und, äh, und das haben sie auch zum Training benutzt, aber sie haben das eigentlich zum Absprache benutzt, weil eben Doom, das erste, glaube ich, Spiel war, was eben so LAN-Support hatte, wo man mit vier Leuten gleichzeitig simultan in einer virtuellen Umgebung sein konnte. Und das war natürlich so Shit für das Militär und es ging darum, Koordination und Absprache zu lernen. Die Level sahen auch ganz anders aus. Ich glaube, ein Level kriegen wir noch hin. Sind ja kurz. Und, naja, jedenfalls war dann so, oh, wenn das Militär das benutzt, um die Soldaten auszubilden, dann muss das ja ein Tötungssimulator sein. Ja, bumm, nächster Punkt, um sowas zu indizieren. Jedenfalls hatte Doom einen sehr langen, sehr schlechten Stand in Deutschland und das hat sich mit Doom 2 was noch etwas blutiger und brutaler und Doppelshotgun und da hast du nicht gesehen. Eine Doppelshotgun ist brutaler als eine normale Shotgun. Gut zu wissen. Hat sich das nicht gebessert. Ja, und damit blieb das Spiel dann bis Doom 3 kam, war die ganze Serie indiziert, wie eigentlich früher alle IT-Spiele irgendwie indiziert waren. Also Hexen, Return to Castle Wolfenstein, war eigentlich immer schon ein neuer Shooter von IT, ist so ähnlich wie der Vorgänger, also bam, auf dem Index. Hatte IT denn damals alles selbst gepublished oder würde das in Deutschland also was? Das lief, also das, oh, das ist ja wieder eine ganz, oh Gott, du machst Fässer ohne Boden auf. Da, bam, Fass auf. Ja. Kaputt. Das war mein Lieblingslevel hier. Das ist so hart auf Nightmare, wobei Nightmare, glaube ich, gab es damals noch gar nicht, selbst in den späteren Versionen hinzugekommen, aber auf der damals höchsten Schwierigkeitsgrad war das hier schon echt übel, da durchzukommen. Jedenfalls, genau, Publishing, das war ja auch wieder ganz innovativ damals, das war quasi Free-to-Play, wenn man das so nennen darf, weil die ersten neuen Level, also das erste Kapitel von Doom, hat nichts gekostet, das war Shareware hieß das damals. Man konnte es einfach runterladen und das hat jeder auf dem Schulhof auch geteilt, ja, ich habe mit zwölf schon Doom gespielt. Ich könnte jetzt ausrechnen, wie alt ich bin. Nein, also das war irgendwie... Es wäre schlimmer, wenn du im legalen Alter dafür gewesen wärst, aber dann erst in die Schule hätte es gehen müssen. Es gab hier noch ein Versteck für den irgendwie... Irgendwas gab es hier noch, wo war denn das? Irgendwo gibt es hier einen Blue Skull, Blue Orb oder sowas irgendwie, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß auch nicht mal, wie man in den Raum reinkommt, der, ah, ich glaube, wenn man nach hinten durchläuft, nee, ich springe in den Themen. Ja, jedenfalls, das war halt Shareware und es konnte wirklich jeder spielen und einfach die Disketten kopieren und es war legal. Es war wirklich erlaubt und das wurde in Deutschland über CDV veröffentlicht. Den Publisher gibt es nicht mehr. Gott hab ihn selig. Und in den USA, glaube ich, über Apogee oder wie die hießen. Apogee. Apogee. Habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, dass das so heißt. Ich glaube, die heißen sogar so. Aber dieser Raum alleine, das ist der, ich weiß nicht, das war damals wirklich, da hat man sich drauf ein, ja, ich sag's einfach mal runtergeholt. Ja, es war einfach nicht vorzustellen, dass es sowas gibt, dass man halt in offenen Welten so mit der Geschwindigkeit rumlaufen kann und genau, ach so, da siehst du mal kommentiert dran. Kann man denn sagen, dass das, also so wie wir das jetzt spielen, dass das von der Spielgeschwindigkeit her identisch mit dem ist, was, wie das früher war? Oder läuft das jetzt hier etwas schneller? Also das, weiß ich nicht. Wir hatten uns ein paar Speedwarn-Videos da vorher kurz angeguckt und da sieht es so aus, als wenn das Original mal ein bisschen schneller sogar noch war. Okay. Da kann aber auch sein, dass ihr einfach nur besser das Straving hinkriegt, weil man wird, die Engine ist so gebaut und auch alle Doom- und Quake-Engines später, dass durch Bewegung man schneller, also durch die richtige Art der Bewegung, man schneller über den Boden quasi gleiten kann. Da ist ein Knopf unten. Ja, da geht es dann da hoch. Daraus wurde dann später so Strafe-Jumping und Bunny-Hopping und was man so alles kennt aus den ganzen Spielen. Also Counter-Strikler werden das kennen oder auch noch die, die alten Call of Duties gespielt haben, die auch ja zu großen Teilen auf der Quake-Engine basierten. Ne, irgendwie kam man da hoch. Ich habe schon wieder vergessen, wie es ging. Egal. Wir haben mal die blaue Karte, also machen wir weiter. Na jedenfalls, das scheint alles sehr ähnlich zu sein, wie das Original war. Ich glaube, ich wollte noch irgendwas anderes erzählen, ich habe es wieder vergessen. Warum ich gefragt habe wegen dem Publisher ist natürlich, ob dann damals eben einfach nicht der Hebel da war, sich da großartig gegen so eine Indizierung zur Wehr zu setzen beziehungsweise warum das so lange gedauert hat, dass das Spiel jetzt erst indiziert wurde. Inzwischen liegt ja Doom und It bei Bethesda, die, soweit ich das verstanden habe, große Anstrengungen auch unternommen haben, um dieses Spiel vom Index nehmen zu lassen. Pinky Demon. Das war zum Beispiel, ihr spielt ja immer sehr viel Slender und macht euch da in die Hose. Ich habe mir echt bei den Geräuschen von diesen Pinky Demons und Hells Holes, so wie sie nachher alle hießen, irgendwie wirklich echt, das war furchtbar. Das war, irgendwo gibt es hier eine Treppe, die man auslöst und dann muss man schnell genug nach hinten laufen. Ich glaube, wenn man hier ist, das hört man jetzt natürlich nicht, weil wir den Sound ein bisschen runtergedreht haben und wir unser eigenes Gelaber besser hören können. Genau. Und das muss man halt schnell genug schaffen und dann kommt man hier rein, dann kann man das nächste klicken. Also auch das Level-Design und diese ganze Komplexität, dessen war schon außergewöhnlich und es hat viel Spaß gemacht, weil man hat es am Anfang mal einmal so durchgespielt und dann hat man die Level sich noch mal angeguckt, ach, da gibt es ja das noch und dann kann ich das noch machen. Das ist dann natürlich auch Schulhof-Gespräch, wenn es dann heißt, hast du den Geheimraum gefunden. Weil das ist hier zum Beispiel der Geheimraum und das ist hier irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß, ich glaube, damit hat man dann alles auf Maximum oder sogar Invisible oder Invincible und ja, da kommt man halt in diese Sachen rein, was man wieder auf den normalen Schwierigkeitsgraden nicht unbedingt bräuchte, aber nachher, wenn man richtig auf den schwersten Sachen gespielt hat, brauchte man das unbedingt. Das ist übrigens das Ziel, wo wir nachher hin müssen, dann müssen wir das erstmal aufmachen. Okay. Jetzt haben wir die blaue Schlüsselkarte und damit geht das blaue Tor auf. Tor 3, bitte. Aber diese Shareware-Vermarktung damals war ziemlich genial, weil wirklich jeder hatte Doom auf seinem Rechner. Wer damals irgendwie einen PC sein Eigen nannte, ich glaube, auf den 386er oder so ging das schon los, hatte dieses Spiel. Es wurde auch in der ersten Nacht, wenn ich die Geschichte richtig in Erinnerung habe, eine Million Mal vom FTP von Apogee oder Apogee oder wie man sie nennt, runtergeladen, was dazu führte, dass das damalige Internet zusammengebrochen ist. Es ist halt heute lächerlich, aber damals gab es noch nicht, ich habe Unsinn erzählt, da geht es gar nicht weiter, ich glaube, da ist auch wieder ein Geheimgang nur gewesen, weil eigentlich müssen wir hier hoch. Jetzt muss ich nur überlegen, wie kam man denn da nochmal hoch? Aber das wurde tatsächlich damals 93, also weil du sagst, runtergeladen, bevorzugt runter, also erst mal, es war über Nacht veröffentlicht auf den Servern, die ersten... Und dann kam erst die Ladenversion oder was? Genau, und dann später gab es auch die Diskettenversion und ach du, puh, das ist ja total dynamisch hoch und wie gesagt, es hat halt zu einem völligen, ich weiß nicht, ob es sogar eine Demo gab mit einem, zwei Leveln vorher, die schon unglaublich beliebt war und dann, als das dann richtig released wurde, eben brach alles zusammen. Das ist so, wie wenn heute eben Blizzard Diablo veröffentlicht, dann geht halt auch nichts mehr. Aber kam dann diese Shareware-Version erst, als es die Vollversion schon gab, ja klar, damit man halt upgraden konnte. Genau, also das hätten wir vergessen zu erwähnen, Shareware bedeutete, man hat die Grundversion gekriegt und wenn man alles haben wollte, dann musste man eben das ganze Spiel kaufen. Das ist ein schönes Schluss, weil wenn ihr mehr davon haben wollt, dann müsst ihr euch die nächste Folge, nicht kaufen, nicht, das ist so gemeint, sind wir nicht. Müsst ihr die nächste Folge angucken, die dann auch noch mit mir und dann demnächst auch mit Anders Serial, der hier sitzt und sich von René was über Doom erzählen lässt. Bis dann, ciao. Ciao.